Ich begrüße euch zu meinem ersten kleinen Gewinnspiel. Und zwar, wie einige von euch eventuell schon mitbekommen haben, spiele ich seit einigen Tagen die WarZee Alpha. WarZee ist zwar nicht der Direkte, aber eine Art Standalone von Daisy und den Link zur Website, den findet ihr in der Videobeschreibung. Was genau gibt es zu gewinnen? Und zwar 48 Stunden lange WarZee Guest Codes. Diese sind ab dem 1.11. einlösbar und spätestens am 2.11. dürften diese dann noch bei euch von mir ankommen. Ich werde die euch dann quasi in YouTube schreiben. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Das ist ganz einfach. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben, in dem es um das Thema WarZee bzw. Daisy geht. Das Wichtige dabei ist, der Kommentar sollte mich unterhalten. Das heißt, denkt euch was Witziges aus oder eine Geschichte, die euch bisher passiert ist oder was ihr gerne in WarZee machen würdet. Oder warum gerade ihr den Code bekommen solltet, um das Spiel anzutesten. Denkt euch irgendwas aus. Ich werde dann quasi den besten Kommentaren ein paar Codes geben. Beziehungsweise je mehr Leute mitmachen, desto mehr Codes werde ich vergeben. Dazu gleich mehr. Ja, versucht mich quasi zu unterhalten mit den Codes oder einfach mich zu überzeugen, dass ich euch einen Code geben sollte. Wichtig ist auch, dass ihr nur ein einzelnes Kommentar abgeben könnt. Wenn es eine längere Geschichte ist, die zum Beispiel gar nicht in einen Kommentar passt, dann ist das einfach Pech. Versucht euer Kommentar einfach so kurz zu halten, dass es auch in einen Kommentar passt. Alle weitere danach werde ich dann quasi nicht zählen, die werde ich dann einfach ignorieren. Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, je mehr mitmachen, desto mehr Codes werde ich vergeben. Und desto größer ist eure Chance, einen Code zu gewinnen. Jetzt sagt ihr, was halt, wenn 10 Leute einen kriegen und 20 kriegen 2, also auf 20 sind 2 aufgeteilt, dann sind das doch nicht mehr Leute. Das sind ja trotzdem nur eine bestimmte Prozentanzahl. Die bleibt ja gleich falsch. Denn bei 10 Leuten würde ich einen vergeben, bei 19 Leute 2, bei 28 3 und dann merkt ihr, dass eure Chance dann, auch wenn sie jetzt gerade nicht wirklich groß ist, dass sie da steigt, aber sie steigt. Ich habe definitiv noch genug Codes am Start, die ich euch da nämlich vergeben kann. Nämlich nicht nur ich vergebe meine Codes, sondern auch ein paar Freunde haben mir ihre gegeben, die ich hier jetzt quasi an den Mann bringen kann. Die Teilnahme beginnt heute am 23.10. und endet am 1.11. Entweder am Abend des 1.11. oder spätestens am 2.11. werde ich euch dann die Codes geben, bzw. werde ich euch erstmal vorher anschreiben. Ihr meldet euch dann und dann bekommt ihr den Code von mir. Wer sich aber bis zum 5.11. nicht meldet, der verliert seinen Code und dieser wird entweder an jemand anders gegeben oder für ein neues Event bzw. Gewinnspiel dann benutzt. Wenn ich nämlich am Ende noch Codes haben sollte, einfach weil sich nicht alle gemeldet haben oder es sind einfach noch ein paar übrig geblieben, werde ich dann am 6.11. denke ich mal ein neues Event starten, das eigentlich genauso aufgebaut ist wie das hier. Aber dazu kriegt ihr dann einfach noch mehr Infos. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Gewinnspiel. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versucht aber klar darzustellen, dass ihr damit nicht mitmachen wollt am Event, sondern wirklich als Frage stellen. Wenn es dann eine Freundesliste gibt, könnt ihr mich auch gerne adden und ich werde dann mit euch spielen. Und ansonsten, Videos zu Warsi wird es erst ab dem 5.11. geben. Das ist eine Regel von dem Publisher, der hat gemeint, erst ab dem 5.11. dürft ihr Videos machen. Da ist das Spiel dann auch übrigens in der Beta, schon ab dem ersten Elfen, wo ihr da mitspielen könnt. Die Musik im Hintergrund, die ihr hört, die ist von Vincent Lee. Sein Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war es dann eigentlich schon wieder von mir. Ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns in einem Let's Play oder vielleicht in einem anderen Video. Wer weiß, vielleicht gewinnt ihr und wir sehen uns in Day... Ach, jetzt wollte ich Day-Sie sagen. Ich meine natürlich Warsi. Bis dann! Bis dann!